Das ist der letzte Schwungnegative, den wir hier hatten. Dann gucke ich schon erstmal so gegen das Licht. Sieht eigentlich alles gut aus. Ich baue die alle so in diese Größe auf. Schau mal, dieses Motiv habe ich mir nochmal gemacht. Und zwar ist es ohne Zoom die Situation, wo die, weißt du, das habe ich dir schon mal gezeigt. Ob ich das nochmal abziehe? Ja. Ich finde das eigentlich ganz schön. Das habe ich noch zwei Schuhen. Und wir wollen uns mitmachen zu bewegen. Wir wollten mit uns von Sound und uns weiter als Tätik als Bandspiel. Nicht zu viel. Die Vergrößerung ist ziemlich gut. Das ist das Beste. Darum habe ich gedacht, das müssen wir nochmal hinkriegen. So, und jetzt mache ich das so. Ich lasse das so lange abkrapfen. Jetzt. Ich muss nicht so chill, ordentlich anfangen. Ist irgendwas drauf? Kann natürlich auch mal sein, dass irgendwo was ist, ja. Das ist eine Maßgabe, dass man möglichst schnell die Virusverwaltung eindämmen möchte. Dann würde man zunächst an die Menschen gehen, die viele Kontakte haben. Dann würde man zunächst an die Menschen gehen.